Also, Fußball ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, das kann man wohl sagen. Frauen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Autos sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, das ständig. Da hast du wohl recht. Aber Fußball ist wirklich nicht mehr das, was es mal war.